So, meine Damen und Herren. Ja, herzlich willkommen. Ich musste kurz noch eine Sprachnachricht durchschicken. Da bin ich schon bald gerade, meine. Da ist ja schon viel, schon loszuhauen. 16 Minuten kommt eine Gaswolke, wird sie mich verarschen. Was ich ja jetzt... It's like something out of a horror movie. Nähe zum Dogwalker. 100. Ja, Kollege. Sag mal, wie schnell ist das denn? Was? 0 Sekunden? Willst du mich verarschen? Ach, dann weiß ich ja schon, dass ich sterben werde, Kollege. Was? 0 Sekunden? Ich bin ja nicht mehr. Oh, da kommt mir noch ein Gehr. Ich wollte das Seil ablegen, scheiße. Oh, er kommt, er kommt, er kommt. Okay. Ich hatte eigentlich nicht vor, so früh das Gebiet zu wechseln. Wo stehe ich denn? Da. Was ist oben? Bergen. Okay, ich teste mal. Okay. Also, ganz, ganz viel Mapwechsel. Junge, du hast geschlafen. Wo stehe ich denn? Da, nicht die erste Straße, sondern die zweite. Neuer Ort entdeckt sie auch schon. Hör auf mit der Musik hier. Habt noch zwölf Minuten, bevor er das Seil bekommt. Nein. Ja. Geil! Deinein. Ja. 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 so ich müsste jetzt eigentlich so hoch ok weiter in die richtung junge ernsthaft hier habe ich jetzt schon schaden ich hasse jetzt hat er nicht auf meiner höher bleibt was soll heißen verletzungsgefahr bedingt tschauzen kollege tschauzen ich habe keinen Bock drauf wo kann ich jetzt hingehen hier so 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 auch so 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 und so naja ich bin über 15 11 25 aber das Sound entfernt sich so kann er mich hier abseilen wahrscheinlich du gott nicht irgendwo muss ich mich darauf stellen können so 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 ja leute kommen nicht runter ich kann den 15 kg trauen 121 so 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 da ist er da ist er okay so schnell ist er wohl doch nicht ich dachte er fängt den an zu jagen okay hier kommt er mir jetzt entgegen oh obwohl er eigentlich rechts neben mir ist oh mein Gott oh Oh, oh, oh. Der hat mich verschlungen. Dieser hat mich verschlungen, wenn ich weg war. Meine Überlebenszeit 33 Minuten. Überlebensrekord 33 Minuten 0 von 10 Tagen. Ich habe mich ja gefunden. Ja. Damit haben wir auch... Dann Season 1. Ja, abgeschlossen. Ich habe mir das eigentlich eher mehr spektakulär vorgestellt eigentlich. Aber das hat eigentlich schon überleben, ne? Mal gucken. Dass wir das dann beim nächsten Mal machen. Dann weiß ich, wenn ich in Milton starte, dass ich dann halt nicht so anfange. Also, dass ich dann nicht nach rechts über den Friedhof gehe. Weil auf der Map, habt ihr ja gesehen, da kam ich ja sonst nichts mehr. Ich kam nicht vor, ich kam nicht zurück. Also, wie gesagt, auf der Map käme ich nur zurück. Aber ich käme ja nicht auf eine fortlaufende Map. Das wäre eigentlich besser, wenn man sagt, okay, du kannst dann von da nach da laufen. Das wäre dann noch 27 Minuten, hätte ich jetzt noch schaffen müssen, um dann halt wenigstens eine Badge zu kriegen. Aber meine Vorgabe ist, dass jetzt hier nicht eine Badge in den Sinne zu erlangen. Wenn ich eine natürlich erlange, dann ist gut, wenn ich den nicht. Weil, wie gesagt, ich kenne den Grundgedanken dahinter nicht, was Zweck und Sinn der zwei Badges sind. Und, äh, was die, ja, Bedeutung davon überhaupt sind. Und wir sind jetzt, glaube ich, bei 18 Minuten 15. Ich werde euch jetzt bis zur 20 Minute in diesem Bild lassen. Das heißt, die nächsten eineinhalb Minuten werdet ihr das Bild noch sehen. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal fürs Zugucken. Und wir werden uns denn demnächst, äh, in den nächsten Tagen, muss ich gucken, wie ich es hinkriege, denn eventuell in einer, ja, Season 2 uns wiedersehen. Und, äh, la, schlitzende, werdet ihr das Bild noch sehen? Und, äh, la, schlitzende. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020